Beerdigung von Konstantin I.I., Top Royals kommen zusammen. Europas Royals sind in Athen eingetroffen, um Konstantin I.I. von Griechenland, 1940 bis 2023, zu verabschieden. Der letzte König Griechenlands verstarb am 10. Januar im Alter von 82 Jahren. Nicht nur zahlreiche Griechen kamen im Vorfeld der Trauerfeier zusammen, unter den Gästen der Beerdigung. Die am heutigen Montag, 16. Januar, stattfindet, ist neben zahlreichen anderen Mitgliedern des europäischen Hochadels unter anderem Prinzessin Anne, 72. Sie war eine Cousine zweiten Grades des griechischen Ex-Königs. Konstantins Sohn, der ehemalige Kronprinz Pavillos, 55, begrüßte zudem König Philippe I.I. 54, und Laetitia, 50, von Spanien. Philippes Eltern, der ehemalige König Juan Carlos, 85, und dessen Ehefrau Sophia, 84, eine Schwester des Verstorbenen, sind ebenfalls in Athen. Auch Fürst Albert I.I. von Monaco, 64, ist nach Griechenland gereist, wie Bilder zeigen, auf denen er der trauernden Menge zuwinkt. Zum Gottesdienst kamen zudem König Wilhelm Alexander, 55, und Königin Maxima, 51, der Niederlande mit Beatrix, 84, Prinzessin der Niederlande, sowie König Karl XVI Gustav, 76, und Königin Silvia, 79, von Schweden. König Philipp, 62, und Königin Mathilde, 49, von Belgien sowie Königin Margrete von Dänemark, 82. Die Schwägerin von Konstantin I.I. nahmen zudem an der Trauerfeier teil. Konstantin I.I. war 1947 zum Thronfolge ernannt worden und hatte diesen im Jahr 1964 bestiegen. Im Jahr der Thronbesteigung heiratete er die dänische Prinzessin Anna Maria, 76. Eine Schwester von Königin Margrete II. von Dänemark. Rund drei Jahre später folgte jedoch ein Militärputsch. Er wurde die Monarchie in Griechenland 1974 offiziell abgeschafft. Gemeinsam mit seiner Frau lebte er folglich ab 1967 im Exil. Zunächst in Rom, später in London. Erst 2013 kehrten die beiden nach Griechenland zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.